Moin Moin Brothers & Sisters, mein Name ist Danny Stiles und heute zocken wir Shellshock Live Mit Danny Justins Warte, ich habe den ersten Schuss, das bedeutet theoretisch, ich werde dich jetzt ficken Du hast den ersten Schuss, was ich aber sagen wollte Ja Es ist gerade ziemlich spät und ich schreie ganz schön Es ist auch ziemlich spät bei mir Es ist ein guter Test, um zu testen, ob meine Nachbarn reagieren Also ich würde dich jetzt schon längst schlagen Schon wieder? Hauen? Fünf Sekunden habe ich noch, warte, ich muss erst mal richtig aimen Ich glaube, der trifft, ich glaube, der trifft Bitte lass ihn treffen, der trifft, LOL Oh mein Gott Oh, 24 Schaden, okay, ist okay Das trifft er einfach mal wirklich 24 Schaden ist okay für mich, weißt du, damit komme ich klar Er trifft nicht nur vielleicht, sondern er trifft wirklich, was ich meine Denkst du, bei mir trifft irgendwas nicht? Ich sage mal so, ich denke, das wird nicht so leicht treffen, ne Was willst du denn schießen? Bitte keine Sniper Ich weiß ja nicht, was ich schießen will Keine Sniper Ich habe nur die größten Scheiß-Items, das kann ich dir sagen Das ist gut, das ist gut für mich, weißt du Du hast noch eine relativ scheiß Position, muss ich ganz ehrlich sagen Äh, ja, ich habe echt eine scheiß Position, aber spielt keine Rolle, weil Oh, weil du mich triffst? Ach du Scheiße, ich hatte nicht gedacht, dass es so verfehlt Also ich bin grad Ja, ich sollte mich lieber gerade hinsetzen, damit ich auch mehr besser treffen kann Ach so, du legst dich hin, wenn du gegen mich spielst Komm, boah, 30 Schaden ins Maul Digga, 30 Schaden, übertreibt man deine Lage nicht? 30 Schaden finde ich okay, finde ich respekt einflößend Digga, 30 Schaden, das ist doch echt frech, Alter Ist das frech? Nee, ich bin, diese Runde ist schon eine Ganz ehrlich, ich habe keine Motivation gegen dich zu gewinnen, wenn ich so Scheiß-Items habe Es tut mir leid, es tut mir leid, ich kann auch nichts dafür Ich habe wirklich keine Motivation Was ist das, Mini-V? Das ist mein Problem gerade Oh, wo trifft denn der Quick-Send, bitte? Ich habe so eine Scheiß... Oh, ja gut, okay, das ist gut Oh, ich muss, glaube ich, meine Route komplett ändern Meine Route ist jetzt auf 127, das merke ich mir Ich merke mir die Zahl 127, damit ich nach oben schießen kann Ja Und trotzdem meine Route gleich nicht verliere, weißt du? Ja, ich merke schon Das ist die Taktik Okay, check Ich meine, jetzt verfehle ich ja wahrscheinlich komplett, weil ich komplett behindert bin Wow, aber ich muss sagen, dass ich Angst vor der Sekunde Ja, du solltest auch Angst vor mir haben, denn wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Äh, ich nicht Oh Geh mal mit ihm zu Fitness He got no respect Okay Warte, ich bin jetzt bei 127, okay Äh, ich mach's immer mal so, wenn das trifft gar nicht Oh, das ist der Pinger Hä, na Was? Mega Zur Hölle? Der Pinger, der Pinger suckt Ass, Alter Du suckst Ass Na und? Ist egal Thema Wechsel Okay, Thema Wechsel Okay Eins, zwei Ich weiß nicht, ob das Ding trifft Ich habe mir jetzt auf drei runtergegangen Bitte Nein, oder doch Es kann treffen, es kann treffen Eins Einer hat getroffen, okay, ich bin zufrieden Ich bin zufrieden Ich bin so zufrieden, dass ich pupse Oh, der war voll laut Das ist so witzig, Alter Ey, Digga, dafür feiere ich dich, Alter Weil ich das so witzig finde Alter, der stinkt richtig, wow Ich würde gerne riechen Aber geht's gerne nicht Alter Das war eine gute Entscheidung Guck mal, das war eine gute Ich habe irgendwas bekommen Du hast einen Diamond Blade gehört Ich habe einen Red Pack und einen Supply Drop bekommen Du hast einen Diamond Blade Da stand irgendwas mit Diamond Blade Oh mein Gott Hast du's? Digga, wenn ich Guck mal deine Items durch Ja, habe ich Ich will es unbedingt einsetzen Unbedingt Aber kannst du mich bitte nicht töten Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich töten Ich werde dich wahrscheinlich eh nicht töten Bitte Ich habe die totalen Scheißwaffen Ich werde dich unbedingt einsetzen, dieses Item Ich habe die totalen Scheißwaffen Ich werde dich eh nicht töten Ja, okay Ich will es halt irgendwie nur probieren Ja, ich glaube Das ist jetzt Oh nein Nein, das wirst du überleben Das wirst du sowieso nicht treffen, glaube ich Oder wenn, dann ein oder zwei Das wirst du eh überleben Bam Einer hat getroffen Wow Oh nein Du überlebst, keine Sorge Das Diamond Blade The stage is yours, bitch Digga Du hast mich aber jetzt nicht am Leben gelassen Weil ich gesagt habe, oder? Nein, nein, nein Ich habe gesagt Ich hätte dich jetzt eh nicht töten können Oh, scheiße Ach du Scheiße Okay Na, ich hatte Okay, jetzt bin ich froh Jo, der Kack sieht aus wie ein Roller Der alle Spieler trifft Das war, dass das Ding war Das war Stufe 3 Wie schade Ich habe Jackpot Das ist eher für Multiplayer Das ist, glaube ich, eher für Multiplayer Das Ding Ich glaube Oh, du hast überlebt Benutzt jetzt die neue Waffe Jackpot Äh, könnte ich eigentlich Kann ich die Items auch benutzen Ohne, dass ich Die Items, die Items kannst du sparen Aber die Waffen nicht Oh Du bist so dumm Du bist so dumm Du bist so dumm Was machst du da? Ich weiß es doch nicht Ich habe aus für Sie gedrückt, Mann Die hättest du sparen können Oh mein Gott Sorry, Alter Bitte lass mich überleben Bitte lass mich überleben Bitte Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst Digga Das ist jetzt nicht dein Ernst Ist das dein Ernst? Nächste Runde, offiziell Du fängst an Oh mein Gott Ich fang an, aber es ist relativ scheiße für mich Wegen den ganzen Portalen, die überall sind Ja, das ist echt richtig scheiße für dich, Alter Schlechter geht es glaube ich gar nicht Doch, aber es geht, es geht, es geht, es geht, es geht Es geht, es geht, es geht Mit dem Scheiß geht alles Aber ganz ehrlich Oh nein, bitte nicht schon wieder Double Damage Hast du eine Death Weight? Du hast keine Death Weight, oder? Ähm, habe ich eine Death Weight würde ich so oder so nicht einsetzen, muss ich sagen Okay, alles gut, dann ist gut Aber hast du eine? Äh, ob ich eine habe? Ja, ich habe eine Was? Komm schon, komm schon Oh, das kann runterrollen Nein Aber es passiert nicht Ja, oh Ich wollte, das ist Oh mein Gott Das war ein bisschen wasted Oh bitte, lass es treffen Es hat gut getroffen Es hat gut getroffen Es macht Schaden Oh nein, es hat nur 40 50 Mach doch wenigstens 60 Okay, ich bin zufrieden Ich bin zufrieden Das ist egal Oh mein Gott Es ist egal Du kannst das Teleportsteil eigentlich nehmen Ja, werde ich auch Wohl Okay, das interessiert mich jetzt mal Oh hi Oh hi Warte mal kurz Ähm Hast du mich gerade selbst getroffen? Ja Ey, ich glaube das Teleportsteil war So ein Selbstmord, ne? Ich glaube, so ein Selbstmord hatten wir lange nicht mehr Hörst du mich auf Spaß ein und am Leben lassen? Nein, Mann Tut mir leid Tut mir leid Bitch Ich dachte, Ying und Yang halten zu... Au, die haben ja zusammengehalten Die haben dich ja getötet Alter, wie dumm, Alter Nächste Runde, warte, warte, warte Aber kannst du mir mal erklären, wieso du Wieso du einfach so dumm bist? Oh, oh Soll ich dir das sagen? Ja Das ist über Generationen weiter verleitet worden Okay Und äh... Eigentlich, mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater war schlau Nein Danach hat er deine Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter kennengelernt Und verdammt danach wurde er blöd Meine? Ja Meine? Ja Achso, ja, die war ziemlich blöd Doch, das wird... Oh mein Gott, nein Nee, das hat so verfehlt, dass sogar die Schweine darüber lachen Welche Schweine? Hier sind doch gar keine Schweine Das ist doch Sturek. Mein Hund. Der war so flach. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Weißt du, was ich mache? Okay, erzähl es mir. Schieß dir richtig random ab. Der wird nicht treffen. Was? LOL. Das wäre jetzt witzig geworden. Hätte der getroffen. Das ist sogar 2, Level 2, Alter. Oh, shit. Warte mal kurz. Das könnte eigentlich funktionieren mit derselben Route wie vorher, weil die Distanz dazwischen aufwacht. Verdammt, ich habe zu viel gerechnet. Ich habe ein kleines Problem, muss ich sagen. Du hast mehr als ein Problem. Du hast 1,75 Meter Probleme. Ja, ich habe ein wirklich großes Problem. Das ist? Ja, ich weiß nicht, wie ich dich treffen soll. Ich kann die Route gerade nicht einschätzen. Das ist doch gut für mich. Wo ist das Problem jetzt bei mir? Oh, shit. Okay, das ist eine gute Frage, wo das Problem bei dir ist. Ich glaube, ab jetzt hast du ein Problem. Ich glaube, du hast aber jetzt ein Problem, mein Freund. 1,90 Meter Problem. 1,92 Meter, bitch. Das ist ein größeres Problem als meins. Ja, das hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Kommt der nach oben? Nee, kommt nicht mehr nach oben. Aber das ist gut, ich habe zwei von den Dingern. Oh, shit. Ich wollte eigentlich gerade nur ein bisschen deine Route rausfinden, damit ich das nächste Ding... Bitte hau mich hier auf die Tür. Doch, doch. Oh mein Gott, wieso treffen die die Scheiße? Aber keine Sorge, guck mal, das ist ein Bilder. Ich bringe dich nach oben, sodass du leichter hochkommen kannst. Ja, wie? Ich komme da sowieso nicht mehr hoch. Du hast mich in irgendeine Graben reingeworfen. Aber ich tue das doch nur für dich. Das weißt du doch. Weißt du, was ich jetzt für dich tue? 1,2. Das Double Damage liegt genau in meiner Route. Das könnte jetzt... Digga, das Double Damage liegt genau in meiner Route. Das könnte dein Leben beenden, wenn es trifft. Bitte lass es treffen. Bitte lass es treffen. Ich habe 107 Leben. Bitte lass es... Oh, shit, Mann. Ich habe 107 Leben. Was war das? Hä? Was hast du gerade gemacht? Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ich schwöre, ich weiß nicht, was. Was hast du da für einen Penis ausgefahren gerade? Ich weiß nicht, was es war. Items? Ich habe Jetpack. Jetzt mal ohne Spaß. Ich glaube langsam, das Spiel ist wirklich rassistisch. Das spiel ich richtig rassistisch. What the fuck? Ja, jetzt bin ich sowieso tot. Ja, naja, nicht unbedingt. Doch, ich bin tot. Ich habe nur noch einiges Leben. It's a rain. Okay, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe extra ein schlechtes Item eingesetzt. Der Rain finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er macht eigentlich schon gute 30 Schaden. Das ist eigentlich wie die Death Rate. Äh, naja, Death Rate ist die Beste eigentlich. Ja, na klar, Death Rate trifft zu 100%. Aber trotzdem, willst du noch was sagen zum Abschied? Äh, ja, abonniert mich. Abonniert, Danny. Okay, Leute, dann beenden wir jetzt das Video. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und bis morgens. Ciao, ciao. Bis morgens, hab ich gerade gesagt, bis morgens. Ja, das ist morgens. Fingers down. I medo nicht. Ich war's. Du kannst